Der Cellcan hat einen kleinen Fehler gemacht, den wir in der deutschen Version schon korrigiert haben. Ich habe jetzt aber das trotzdem nochmal gemacht, weil ich das Thema doch recht interessant fand. Und zwar ging es um das Wasserstoffperoxid. Das ist ein Sonderfall, wo Sauerstoff eben nicht minus 2 hat als Oxidationszahl, also Wasserstoffperoxid. Zwei Wasserstoff, zwei Sauerstoffe und die Struktur sieht so aus. Die Sauerstoffe sind miteinander verbunden und jeweils noch mit einem Wasserstoff verbunden. Jetzt wissen wir, dass Sauerstoff wirklich elektronegativ ist. Es will also Elektronen haben. Das Wasserstoff, Wasserstoff verliert sein Elektron auf Sauerstoff, zumindest aus dieser Perspektive. Also Wasserstoff hat immer plus 1. Und da hat dann Cell, war ein bisschen durcheinander und wollte euch hiermit eigentlich nur noch zeigen, wie schnell man da durcheinander kommt, wenn man nicht aufpasst. Und Sauerstoff bekommt ja dann das Elektron vom Wasserstoff. Und in Wirklichkeit ist es natürlich so, Sauerstoff bekommt eine Elektron und verliert also hypothetische Ladung. Und deswegen ist die Oxidationszahl minus 1 bei jedem Sauerstoff. Das ist also ein Sonderfall. Ihr wisst ja, normalerweise hat Sauerstoff, wie zum Beispiel beim Wasser, bekommt zwei Elektronen von jedem Wasserstoff 1. Und dann hat es eine Oxidationszahl von minus 2. Wasserstoff hat immer plus 1. Und in dem Wasserstoffperoxid ist es eben ein Sonderfall. Vom Wasserstoffperoxid hat Sauerstoff minus 1 und nicht minus 2. Es hat Elektronen bekommen, hat also positive Ladung verloren. Und hat deswegen wird es quasi reduziert. Es wird reduziert und die Oxidationszahl ist damit minus 1. Der Wasserstoff ist reduziert worden. Und damit hat es eben minus 1 plus 1 Wasserstoff. Sauerstoff minus 1 zweimal. Und es addiert sich insgesamt auf eben 0, weil es ein neutrales Atom ist.